heutiges thema wird sein iberdola ein sehr großer spanischer energie erzeuger so wir werden etwas wissen wieder behandeln nur etwas nur ein ganz wenig ja und zwar über supply chain versus value chain und verbraucherschutz in deutschland über diese beiden themen wird es gehen im wissensteil der hauptteil wird natürlich sein der die fundamentalanalyse und die chart technische analyse von iberdola und damit herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe hallo okay so wir sind jetzt hier die top ten der energieversorger 20 21 und zwar weltweit ja und zwar gewenkt nach dem umsatz in milliarden us-dollar so ein ranking kann man ja immer unterschiedlich vornehmen nach marktwert nach markenwert nach gewinnen nach umsatz dass es hier jetzt eben ein umsatz ranking die quelle ist hier statista so platz nummer eins edf frankreich platz nummer zwei in italien platz nummer drei eon deutschland platz nummer vier fortum finnland platz nummer fünf tokyo electric power aus japan platz nummer sechs korea electric power aus südkorea platz nummer sieben iberdola aus spanien platz nummer acht excel und aus usa platz nummer neun violier frankreich und platz nummer zehn kensai electric power aus japan okay iberdola ist also auf platz nummer sieben der welt größten energieversorger so ein kurzer factsheet zu iberdola wie gesagt weltweit einer der größten energie erzeuger und verteiler ein integriertes energieunternehmen und die nummer eins bei windenergieanlagen okay sitzt in bilbao spanien hier ein bild von bilbao eine sehr schöne stadt würde ich sagen hier gelegen im norden von spanien okay dann geschichte gegründet wurde iberdola 1992 und zwar aus einer fusion von hydroelektrica espanola und hydroelektrica iberica heraus die umsatzgeneratoren sind strom also wind wasser und kernkraft und erdgas so geschäftsjahr 2021 mitarbeiter circa 40.000 umsatz 39,1 milliarden euro und netto gewinnen 3,9 milliarden euro so es gab mal etwas ärger um iberdola herum wir fangen hier gleich mal mit dem ärger an okay es war nicht so schlimm aber 2015 2009 und 2007 hat iberdola und weitere große anbieter auch die wurden dazu hohen geldstrafen verurteilt und zwar kam es dazu betrugsfällen im zusammenhang mit zählerständen also iberdola hat gesagt zu ganz ganz vielen kunden sie haben die zählerstände manipuliert die verbraucher standen ganz hilflos da und wussten gar nicht warum wieso weshalb und iberdola hat dann vom staat ausgleichszahlungen erhalten in immenser höhe ja das ist ein gesetz ein spanisches gesetz dass das dann ebenso stattfindet so die quelle wo ich das hier habe das ist anwalt de vom 21 3 2016 also auch sowas kommt natürlich vor und sowas kommt natürlich auch in deutschland vor ja und wenn man dann irgendwo ärger hat mit mit großen energiekonzernen gegen die man ja eigentlich fast nichts machen kann oder man denkt man kann gegen sie nichts machen wir haben hier eine verbraucherzentrale ja für ganz allgemeine fälle wir haben den bund der energieverbraucher bei flüssiggas strom und heizöl also wenn es da irgendwo ärger gibt auf diesen bei diesen themen oder wir haben das verbraucherportal des bundesministeriums der justiz ja auch für ganz allgemeine sachen also man darf jetzt nicht dann den kopf in den sand stecken und dann irgendwie sagen ja das sind ja hier ganz große konzerne gegen die kann ich nichts machen ich hatte auch mal ärger mit denen da habe ich dann an den vorstandsvorsitzenden einen brief geschrieben hat er wahrscheinlich nicht gelesen aber auf jeden fall seine sekretärin und hat es dann vielleicht irgendwie keine ahnung weitergeleitet oder was auf jeden fall war dann der stempel vom vorstandssekretariat dann auf dem brief drauf und dann ging das alles ratzfatz okay so hier über dollar green energy das habe ich hier aus dem integrated report match 2022 von über dollar und da hat hat wird sehr schön dargestellt die green energy value chain von über dollar ja wie die so arbeiten also die stellen also strom her und zwar jetzt über offshore und onshore windräder hier links ja und dann hier auch so ein wasserbecken ich glaube das ist dann zur energie speicherung gedacht und auch hier eine wasserstoffanlage ich glaube dies auch dann eher zur energie speicherung gedacht ja und dann haben wir hier glaube ich dann hier solche gerätschaften die dann wasserstoff dann wieder in strom umwandeln und hier haben wir ein solarfeld und das speichert hier auch dass aus dem strom dass wir hier hergestellt wird wird auch dann wasserstoff hergestellt der dann wieder bei bedarf dann wieder umgewandelt wird also so glaube ich funktioniert das ja und dann wird das hier in das grid eingespeist also in die leitungen eingespeist und wird dann hier letztendlich dann hier zum kunden geliefert ja der dann hier grünen strom also 100 prozent grünen strom erhält ja und das ist die die green energy value chain generation of electricity and green hydrogen transmission and distribution and sale of electricity and gas innovative products and services klammer auf smart klammer zu also erst mal erstens herstellung von strom und grünem wasserstoff ja und der strom ist natürlich dann auch grün ja dann zweitens strom transport und drittens verkauf von strom gas und innovative energieprodukte und services und ich kann mir vorstellen dass die auch auch noch wasserstoff dann auch noch verkaufen das wenn sie nicht alles selbst verwenden wahrscheinlich so dann sehen wir hier unten 57 prozent sind hier schon erneuerbare 57 prozent dann haben sie noch 18 prozent nuklear und dann noch 19 prozent combine cycle was das jetzt genau ist weiß ich nicht muss ich ganz ehrlich sagen okay ist nicht so schlimm so hier sieht man auch alles hier noch ein paar schöne sachen hier aufgemalt alles sehr sehr interessant und die kunst von den konsumenten her gesehen 44 brasilien 31 spanien 13 prozent großbritannien 9 prozent usa und drei prozent sonstige so jetzt schauen wir uns mal kurz mal an ein kleiner wissensteil der unterschied zwischen einer supply chain und einer value chain also bei der supply chain ich habe das jetzt hier mal aufgemalt hier werden die rohstoffe gefördert ja die werden dann zu einem zulieferer gefördert meistens ja und der zulieferer der fördert das dann in ein unternehmen hinein dann geht es in den einkauf produktion verkauf das ist dann so eine mini so eine kleinere ein kleiner ausschnitt der supply chain innerhalb des unternehmens und dann schließlich geht es weiter mit dem abverkauf des hergestellten produktes in den handel und der handel liefert das dann an den kunden so das ist das nennt man hier supply chain da geht es überwiegend um logistische themen ja dass das alles hier reibungslos funktioniert dass dann der kunde auch auch beliefert wird ja mit seinen mit den produkten und die value chain die läuft im grunde genau anders herum ja die kommt vom kunden und da wird gefragt wie kann denn ein unternehmen die werte für den für werte für den kunden generell generieren ja die auch wert schätzt und das ist in dem fall jetzt hier im fall von iber dollar eben green energy ja das ist doch das ist doch ein absolut angesagtes thema sowohl in der politik als auch bei den einzelnen verbrauchern kommt es auch immer mehr in die köpfe dass wir hier nachhaltig grüne grüne energie hier erzeugen weg von den dreck schleudern also das ist der unterschied zwischen supply chain und value chain supply chain wird gefragt wie kann und kann ein unternehmen die versorgung des kunden sicherstellen das ist das thema der supply chain und das thema der value chain ist wie kann ein unternehmen werte für den kunden generieren ja auf dieser an dieser kette hier auf dieser supply chain kette oder innerhalb dieser supply chain kette ok gut dann schauen wir uns mal kurz die umsätze an umsatzanalyse 2021 von iber dollar über dollar setzt den künftigen fokus auf erneuerbare ja das ist ihr ganz klare statement sondern mehr als die hälfte sind noch nicht erneuerbare bei den umsätzen ja von den umsätzen her gesehen dann hier ein großer teil der umsätze kommt auch aus den netzen ja die haben wir auch die betreiben ja auch die strom netze und dann hier ungefähr was ist das hier 15 prozent erneuerbare aber das wollen sie eben ganz ganz stark steigern ok so und jetzt von den von den gebieten her gesehen spanien macht natürlich den größten teil aus dann folgt brasilien dann kommt großbritannien usa mexiko und rest of the world ok so ich würde sagen machen wir mal eine kurze website analyse nur ganz kurz also die seite von iber dollar ist wirklich sauber und übersichtlich ja ganz klar hier auch schöne große schrift leaders in wind generation also in sie also offshore und onshore hier man sieht ganz klar sofort worum es geht es geht hier um windkraftanlagen die offshore stehen so dann hier oben das ist hier noch so ein laufband wird dann hier der der kurs von der von der aktie hier eingeblendet im vergleich zu irgendwelchen indizes also das müsste jetzt meines erachtens nicht sein ja das ist so klein und fummelig und läuft dann macht das läuft hier ständig so das müsste meines erachtens gar nicht sein so das strategische geschäftsfeld nämlich hier die windenergie wird hier ganz klar dargestellt sieht man auf einen blick diesen bereich hier unten hätte hätte jetzt über dollar das hätte man besser lösen können ja das ist jetzt hier nicht besonders toll gemacht finde ich da wird ganz ganz viel platz auch verschwendet und das ist auch nicht sauber aufgebaut schauen wir mal live rein das ist jetzt hier ja hier sieht man jetzt hier diese dieses laufband hier ja das das ist das müsste jetzt meines erachtens nicht sein das ist nicht notwendig ansonsten sieht man hier ums geht aber das hier das haben sie jetzt nicht so wahnsinnig sauber gelöst das haben sie nicht sauber gelöst finde ich ja und hier sieht man dann auch wieder offshore wind power is is key to iberdrola's future growth also der künftige wachstum von iberdrola wird ganz klar aus der windkraft kommen iberdrola leads the development of green hydrogen ja also auch hierbei bei grünem wasserstoff ist es auch führend und so weiter und so fort aber diese die seite die ist nicht so wahnsinnig toll gemacht finde ich das würde besser gehen ist aber auf jeden fall schon mal sauber und damit gar nicht mal so schlecht so dann kann man hier umgehen auf shareholders and investors und dann kommt man dann auf die reports wir gucken mal ganz kurz hier in den in den report hier das ist jetzt hier der report und zwar der aktuelle vom vom märz 2022 so das sind die ersten die ersten zwei seiten und das ist die seite 12 also das ist die startseite hier da muss ich sagen ist schön und sauber ja aber die farbe die finde ich so ein bisschen blass die farbe die macht mich jetzt nicht unbedingt an passt zwar zu dem farbklima insgesamt von iberdrola aber das hätte man wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen schöner machen können was ich sehr gut finde ist die seite zwei ja ein bild das wirkung erzeugt ja hier so eine offshore windanlage dass das macht doch was her finde ich ja absolut und dann hier seite 12 zum beispiel company performance zahlen die sind alles sehr sehr sauber aufgebaut sehr einfach aber sehr sauber und auch von der farbe her vom farbklima her ist das alles in sich schlüssig und man versteht sofort worum es geht nämlich die meisten zahlen die gehen von links unten nach rechts oben also einfach und übersichtlich macht also wirklich spaß knackpunkte absolut heraus herausgearbeitet auf jeden fall sondern schauen wir mal ganz kurz rein ja nur ganz kurz hier ist dieser integrated report also dass die farbe hier die finde ich jetzt nicht so prügelnd aber okay sei es drum das hier ist wirklich sehr sehr toll einfach mal so ein schönes großes plakatives bild mit mit windkraftanlagen ja das was sie überwiegend machen und auch was sie künftig auch steigern wollen also das ist sehr sehr schön gemacht finde ich überhaupt der ganze der ganze report hier ist wirklich sehr sehr sauber und ganz toll aufgemacht kann man macht wirklich sehr viel spaß das zu lesen kann ich auch wieder nur empfehlen da mal rein zu gucken hier key figures of the group sieht man alles auf einen blick sehr schön dargestellt hier die ganze welt ist abgebildet da wo sie tätig sind das ist hier alles schön grün markiert versteht man sofort und die wichtigsten zahlen sind hier dargestellt alles ganz toll gemacht dann ist das hier worüber wir schon gesprochen haben ja das ist hier dann abgebildet hier die value chain von der green energy und dann zum beispiel jetzt noch auf seite 16 ja dann hier kommen dann weitere zentrale key figures ja alles sehr schön dargestellt macht wirklich spaß das zu lesen hier sind jetzt ein bisschen klein klein wieder aber ich sage mal das ist okay so und hier jetzt ab seite 16 werden dann die einzelnen länder dargestellt ja hier zum beispiel jetzt über dollar in spain ja dann sieht man hier die wichtigsten zahlen aus spanien und dann hier wo sie überall was machen ja das ist es ist unglaublich wo die wahl hier vertreten sind das ist ein riesen konzern dann über dollar in united kingdom ja dann wird da gezeigt was sie da machen auch wieder mit key figures also alles ganz ganz schön dargestellt hier über dollar in united states ja auch wieder mit key figures und wo sie da dann hier genau tätig sind ja hier in amerika haben sie überwiegend windkraftanlagen stehen und so weiter dann über dollar in brasilien ja zack auch wieder mit key figures und auch wieder wo sie da sitzen also ganz toll gelöst ganz toll gelöst über dollar in mexico nächstes da sitzen sie ja okay da haben sie dann hier ganz viel photovoltaik scheinbar ja in mexico und über dollar energia international das hier auch wieder mit mit kennzahlen und dann hier das ganze weltweit gesehen also das wirklich alles sehr schön gemacht finde ich ja ganz toll dargestellt so jetzt gucken wir uns mal kurz den umsatz und den ebit da an 20 17 bis 20 21 in millionen euro also das beginnt 20 17 mit 31,3 milliarden euro und heute liegen wir bei 39 beziehungsweise 20 21 lagen wir bei 39,1 milliarden also wir sehen hier eine stetige steigerung mit einem einbruch zur korona krise natürlich was heißt natürlich also eigentlich eigentlich da wurde auch sturm gebraucht aber scheinbar dann nicht ganz so viel weil dann irgendwelche verbrücken runter gefahren wurden oder keine ahnung warum auf jeden fall gab es hier einen umsatzeinbruch um ja bisschen weniger als 10 prozent ok aber der ebit da wie man sieht ist nicht eingebrochen in der korona in der korona phase hier 2020 die ebit da steigert sich von 7,3 milliarden 2017 auf 12 milliarden 2021 ja das geht von links unten nach rechts oben ebit da ist earnings before interest taxes depreciation and amortization also der umsatz minus ausgaben die nicht zinsen nicht steuern nicht abschreibungen und nicht tilgungen sind ok das netto ergebnis das sieht so ähnlich aus ja also von der von der richtung ja das geht auch von links unten nach rechts oben da sind keine großen dellen drin ja das geht hier richtig schön aufwärts von 2,8 milliarden 2017 auf 3,9 milliarden 2021 das netto ergebnis ist umsatz minus alle ausgaben ok so die hauptaktionäre noch ganz kurz hier der größte hauptaktionär das ist der staatsfonds von katar ja von katar katar mit 8,6 prozent ja besitzt katar an iberdola so der der die ziel vendite von dem sie von diesem staatsfonds von katar ist 17 prozent pro jahr also fragt man sich wenn diese jetzt so stark engagiert sind in dieser bei iberdola da werden sie sich schon was dabei gedacht haben wenn die eine ziel vendite von 17 prozent pro jahr haben so dann ist noch the fungoard group noch dabei mit 2,4 prozent unter anderem und blackrock advisors die dürfen natürlich auch nicht fehlen mit 1,14 prozent so wir gucken mal ganz kurz nochmal in die charts so iberdola würde ich sagen so das ist jetzt hier ein ganz ganz langer chart ex 1992 also über 30 jahre also fast 35 jahre ich würde sagen iberdola das ist ein langläufer ja das ist jetzt nichts nichts wo man jetzt mal schnell so zack zack geld verdient ja also kann man natürlich auch aber dafür glaube ich dafür würde ich es jetzt nicht verwenden ich würde das jetzt für eine wirklich richtig langfristige geldanlage verwenden ja und zwar über jahrzehnte ja wenn man zum beispiel jetzt junge was ich kinder hat ja oder irgendwie kinder die noch nicht jetzt so alt sind dann kann man für die ja kann man mal zum geburtstag hier mal ein paar aktien hier von iberdola zum beispiel schenken ja oder oder bei der geburt eines kindes da so ein depot anlegen und da eine iberdola reinlegen und dann wenn das kind dann 50 ist ja dann kannst kann sie diese aktien gewinne versilbern und sich in die südsee begeben ja da muss es nicht mehr arbeiten wahrscheinlich würde ich mal schätzen ja also so würde ich da ein investment gestalten über ganz ganz lange zeit 10 20 jahre dann wird wird das richtig richtig spaß machen schätze ich ja das ist halt jetzt nicht irgendwie was was ich jetzt eben mal schnell verdreifacht obwohl wenn man sich das anguckt also ja okay das ist jetzt hier 2012 2012 bis 2022 also in den letzten zehn jahren hat es immerhin 400 prozent gemacht das ist im durchschnitt jetzt mal ohne zinses zins gesehen 40 prozent im jahr das ist doch gar nicht schlecht würde ich sagen okay wenn man zum beispiel jetzt mal iberdola mal vergleicht mit rwe ja auch wieder ex 1992 ja hier das schwarze hinten das ist rwe und das blaue hier oben das ist iberdola was sieht man iberdola das ist ab ab 2000 oder so deutlich besser gelaufen als rwe und jetzt hier die letzten die letzten was ich 13 14 jahre sowieso rwe krebst hier unten herum und iberdola ist hier oben iberdola plus 1300 prozent und rwe plus 100 prozent also dann haben wir hier nochmal das ist das war jetzt rwe und das ist jetzt eon ja das habe ich hier das ist hier falsch das werde ich hier gleich wieder live ausbessern ja das geht hier gar nicht das ist eine schlamperei sondergleichen okay also iberdola versus eon ja deutlich besser als eon ja auch hier iberdola hat gemacht seit 1992 plus 1300 prozent eon hat gemacht plus 50 prozent ja mein eon war aber auch schon mal hier oben ja die waren schon mal richtig gut gewesen aber seit was war das hier fukushima oder was das war ich glaube das war fukushima haben die wichtig hier abgebaut und bewappeln sich kaum kaum also da ist doch völlig klar was ich machen würde wo ich mein geld einsetzen würde völlig logisch ja und wenn wir jetzt mal hier mal das müssen kurzfristiger sieht ex 2019 ja das sieht man hier ganz klar einen keil und der keil der würde hier jetzt nach oben verlassen also ich schätze mal dass der kurs hier anzieht ja und zwar hier richtung 1225 aber ich würde trotzdem iberdola eher langfristig handeln ja allein auch wegen den dividenden auch die zahlen gute dividenden und zwar circa vier prozent dividenden rendite pro jahr hier sieht man mal die kursentwicklung das ist dann ex 2005 ja das blaue das ist der iberdola kurs ohne dividenden und das grüne ist er ist er dann mit dividenden ja da sieht man mal was die dividenden dann ausmachen ich würde dann allerdings die dividenden wahrscheinlich dann gleich wieder reinvestieren ja okay man kann sie natürlich auch verkonsumieren okay alles klar so dann soll es das für heute gewesen sein der spanische energiekonzern iberdola okay vielen dank tschüss tschau und servus goodbye bye